Ich habe jetzt mal gestartet, ich weiß nicht, da passiert was. Spiele suchen, genau. Okay. Start! Ach ja, also ich merke schon jetzt, wo ich Cole heiße, läuft es glaube ich richtig gut. Ich bin mal echt gespannt, ich bin ja so ein Versager in derartigen Spielen. Wir schaffen es. Oh, Inventarslot 1. Oh, ich habe echt mal diese Olle genommen, shit. So. Guck mal, wie ich aussehe. Boah, wie scheiße. Hallo, ich habe das Menu von mir die ganze Zeit. Warum habe ich nur noch... Mein Kopf ist weg. Hallo. Ich weiß immer, ob ich getötet von Max ist, was ist hier los. Ich weiß auch nicht, vor allem irgendwie... Ja, wir sind bei den Feinden gespawnt. Wie schmeißt man gerade? Ey, ich kann hier meinen Anspruch machen. Was ist denn das hier, Verteidigung? Ja, sowas wie Battlefield. Boah, ich habe einen gekillt. Oh Gott, bin ich gut. Ich glaube, ich steige langsam auf hier. Yeee, Tarell. Ich hänge mich einfach mal an deinem Popo. Ja, meine Blut hat irgendwie aus dem Arsch. Meine Blut ist ganz unangenehm. Ist hier Fertiffeuer eigentlich aktiv? Ich hoffe nicht. Okay, nicht. Nicht. Äh, da hinten. Ich komme jetzt mal zu euch, weil ich will jetzt auch voll die... Ah, da seid ihr ja. Habt ihr gesehen, wie man hier zerfällt? Wie man hier zerfällt? Komm, jetzt müssen wir unser Einspruch anheben. Ah, da ist einer. Scheiße, ich habe nichts mehr. Ist weg, ist weg. Ich habe mich gerettet. Gekillt. Oh, Vorsicht. Ah! Oh, ich bin gerade... Oh, ich hätte noch mal... Okay, was... Äh, neues Loadout. Der 16-Jährige killt mich gleich. Oh mein Gott, ich habe keinen Mutti mehr. Ach, du Kacke. Was ist denn das, ey? Wie man hier zerfällt? Ich meine, die Ego-Perspektive hier im Spiel, wie geht denn das? Ich glaube nicht. Ah, verteidigen. Wir müssen Anspruch erheben auf uns. Wie kann man denn eine Granate schmeißen? Tut mal G. Hab ich schon gemacht. Geht nicht. Was geht denn? Granate schmeißen bei Loadout. Lauter Granate schmeißen musst du halt auf die Granaten wechseln, die halt da, wie du schießt, werfen. Ach so. Boah, mir wird gleich schlecht, ey, von dieser komischen Perspektive. Ja, ich möchte bitte eine Perspektive ändern. Ich glaube, das geht nicht. Wie geht das? Ich glaube, das geht gar nicht, ey. Die Perspektive kannst du ja nicht ändern. Ich will dir die Ego-Perspektive. Scheiße, ich kann so nicht arbeiten. Aber ich spiele gegen andere Spieler, oder? Ja, ja, klar. Ich bin bei den Botzen besser als manche Spieler. Ey, ist das... Wie man das zerstückelt. Ich bin hier so fette Frau mit dem Hello Kitty-Beutel am Hintern. Die ist einfach gerade eben so... Ja, das ist witzig. Aber ich kann nicht so Granate wechseln. Ich habe noch meine beiden Waffen. Obwohl ich die Granate ausgeliebt habe. Meine Hand ist weggefetzt worden, ey. Ich hatte vorhin nur so ein Stück von meinem Kopf noch dabei. So, was macht man denn jetzt? Aber ich glaube, ich habe schon einige Kills hier sammeln können. Ja, cool, hier. Tötungen, sieben. Ich habe sieben Tötungen geleistet. Ja, ich bin schon 70 Mal gestorben. Und jetzt habe ich ein Bein verloren hier. Jetzt habe ich ja noch mein... Oh, ich merke gerade, mein Bein ist auch sehr dünn. Im Moment. Wie sieht das aus? Ich bin das Letzte. Ja, das wäre klar. Ja, was habe ich denn hier für eine schwule... Ach, ich konnte aber noch einkillen. Ja, acht Tötungen. Sehr gut. Ja, schön, ey. Mit dir der Vergaser, ey. Ich würde so... Ich sehe da oben zwei rote... Ich kann das so nicht arbeiten. Ich brauche echt die Ego-Perspektive. Ich kann mit dieser Perspektive... Drück doch mal Zoom, also Rechtsklick, Monster Store. Das so schieße ich die ganze Zeit. So geht es gerade so mit Rechtsklick. Wenn du dir ein Visier drauf machst, hast du natürlich auch direkt diese Visiersicht. Alter, meiner Figur hängt der Knochen raus. Bah. Bah, ey. Das ist ja ekelhaft. Du hast einen Kontrollpunkt verloren. Der Feier hat gespielt. Der Feier hat gespielt. Der Feier hat gespielt. Der Feier hat gespielt. Oh, du wachst. Und du ein Kontrollpunkt aktiviert. Und jetzt habe ich jetzt den Anspruch, oder was? Wenn du das wieder da... Jo. Keine Ahnung. Erhebe einen kleinen, aber feinen Anspruch. Ach, komm mal, fick dich. Wo kriege ich denn... Da kommt gleich ein voll Angeschwächter von irgendwo. Schon wieder tot. Ich habe so eine scheiß Waffe, ey. Ich hatte doch vor eine andere. Was hast du denn für eine? Dann haben wir noch irgendwie die Nägel schießt, oder so. Nägel? Komische. Na, nee. So komische... Ah, ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Dingsbumsar. So heißt es nicht. Ach, ach, Dingsbumsar. So. Sehr bekannte Waffe hier in dem Spiel habe ich gehört. Oh, oh. Klick, klick. Wo ist meine Position eigentlich? Oder hat man eigentlich einen unendlichen Schuss? Nein, nein, nein. Kalt. Okay. Leute, jetzt habe ich... Genau, jetzt habe ich Lord Out deinstalliert und habe mir jetzt Gary's Mort gekauft. Super. Gut, komm mal. Aber Gary's Mort ist natürlich eine ganz, ganz irgendeine Geschichte. Boah. So. Geh du vor. Geh du vor. Ja, damit ich sterbe, ne? Toll, ey. Ihr seid immer so cool zusammen und ich bin so ganz alleine wie ein kleines Ferkel. Alter, das ist so... Ich schieße und schieße und schieße und treffe nix. Was ist denn jetzt? Jetzt pfeift einer. Hier hat einer so eine Vergewaltigungspfeife gerade eben, weil er Angst vor mir hat. Oh. Bei mir läuft es echt gerade richtig schnuckelig hier. Jetzt kriege ich auch Backup von Tyrone. Oh, jetzt kriege ich boh. Da ist sie überhitzt. Ich kann ja nix machen. Hier blitzt das und blitzt und blinkt. Keine Ahnung, was da passiert. Was ist da los? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Vor allem komme ich mit dieser scheiß Perspektive nicht klar. Ja, schön, dass du mir jetzt auch noch meinen ganzen Bildturm voll spams mit irgendwelchen E-Mails, die ich gekriegt habe. Blöder Thunderbird. Boah, neue Nachricht. Neu abonniert. Ist man eigentlich geheilt? Heilt man sich hier wieder so vor der Zeit? Nee, du musst hier irgendwie, glaube ich, über diese Mini-Packs, diese grünen. Nee, nee, da gibt es immer so einen grünen Leuchtenkopf haben. Ja. Ich habe gerade eben... Ach so, okay. Jetzt picke ich auch, warum da manchmal irgendwelche Sachen steht, die Leute nennen ihre Waffen echt merkwürdig. Einer heißt NIE. Wir sind die Ritter vom NIE. Gittie. Oh, oh. Ja, ja. Kaputter Pfeil. Was ist denn da, waffe kennst du dir? Ich kämpfe... Also, ich war ja immer mit dieser Banzigkeits. Ich habe jetzt gerade eben von einem diese Stromwaffe aufgehoben. Sie sieht ganz schick aus. Und der ist das gerade da. Ja, die habe ich auch jetzt gerade. Okay, also ich bin mit meiner dicken hier aber echt zufrieden mit der Hildegarde, wie die heißt. Mit meiner Hildegarde. Aber die so dick ist, ne? Die ist doch richtig schön, ne? Ich bin ja klar, aber ich habe natürlich einen Vorteil, weil die Feinde viel haben, was sie da treffen können. Äh, hallo? Ach so. Guck mal, Match verloren, aber trotzdem. Niederlage. Ähm, Killer? Ich gehe jetzt mal hier raus, ja. Wenn, äh, irgendwas, wenn ihr irgendwas machen wollt. Äh, ich bin ja in Steam noch online. Ich schaue mich an, genau. Oh, ich habe auch einen Kill. Yeah. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Aber wir sind doch ganz gut abgegangen eigentlich. Äh, KD von 3, kann man nicht sagen. Ja, wir waren gut. Tagespreis. Oh, habt ihr auch einen Tagespreis? Ja. Aber wählt bitte mit bedacht. Wählen sie mit bedacht, ja. Jetzt aber wirklich, ne? Innen, innen, innen und raus bis...